ja ist klar jetzt kriegt kriegt er da oben hier auf dem platz geklatscht so die runter von einem scheiß kaputt da du kriegst auch ein paar hier nimmt das nehmen dass du vor geld ist klatschen auch hier runter alles kaputt machen alles kaputt machen hier alles kaputt alles kaputt kann man hier mal geht es hier noch irgendwie bisschen mehr kaputt ja das geht auch hier können wir auch noch mehr oder ja da geht noch was da geht noch richtig was hier so der sah ganz schön sportlich der robin hier ja 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 schon fast 87.000 öcken hier da geht doch auch noch was hier kommen schon nach auf die hütte da geht nichts hier ja so wie eine blaue mitte hier noch was nein das nichts mehr aber hier in den kisten ist bestimmt noch was so so guck mal tat hat 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 wir das auch kaputt hier Braucht kein Mensch. Ich will das haben hier. Ich will das haben. Ich will das haben. Oh, blaue Münzen. Blaue Münzen. Ich will bringen die blauen Münzen eigentlich. Oh, immer tausend. Gott. Immer tausend. Immer tausend. Ach, hier sind wieder so Fenster. Kaputt machen. Machst du kaputt, die Scheiße. Da brauche ich nämlich nur einmal Natschen hier und Münzen auch sammeln. Was sind denn das für komische Batman-Dinger da? Was machst du da oben? Hampelst du einen ab oder was? Schaukelst du die Eier, du Vogel. Der schaukelt sich hier die Eier. So wie summt. Geht ihm gerade wahrscheinlich einer ab. Der Olle Choco hier. Der Olle Choco hier. Ja, hier ist wieder so eine grüne Wand. Das heißt, wir brauchen Batman. Und wir drücken mal B. Oh Gott. Jetzt müssen wir wieder X drücken. Okay. Haben wir hier noch was? X. Okay, wir müssen das also in die richtige Position bringen. Was ist das jetzt? Mu-ha-ha-ha-ha. Münzen. Münzen. Oh Gott, Münzen. Gib mir meine Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Münzen, Münzen. Jetzt bin ich gestorbt. Ah, jetzt bin ich am Seil. Jetzt kommt Batman, jetzt klatscht. Zack, rausgebombt. Zacki, rausgebombt. Nö. Der Robin ist jetzt drauf. Seht euch mal den Verrückten an. Flitz hier mit dem Boot rum. Patsch. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Batman. Robin. Noch mehr? Nö. So, wir haben 95.110 Münzen. Was? Nur zu 670 Prozent. Bürger in Gefahr. Okay. Wat'n dat für ein Grenze? Gucken hier. Neuer Anzug verfügbar. Tarnanzug. Akrobatik-Anzug für den Robin. Und wat' dat für Dinger sind, keine Ahnung. Ah, da macht's anscheinend irgendein Gefährt zusammen. Wat' die Würfel sind, kein Plan. Bürger in Gefahr. Okay. Geschichte fortsetzen hier. Ah, jo. Natürlich. Von der Grafik bin ich ja echt platt, ne? Ich find's richtig cool. Richtig, richtig cool. Den Joker aufhalten. Den Joker aufhalten. Das machen wir doch liebend gerne. Das machen wir liebend gerne. Ja, komische Bäume ein bisschen, wa? Das sieht aus wie so zusammengeklatschte Blätter irgendwie auf Stängel gesteckt. Oh, wie fliege! Ich bin eine Flete, was? Ich bin eine Flete, was? Yay. So, wir gucken mal, ob's hier nicht irgendwo wieder so ein Speicherteil gibt. Wow, wow, wow. Wieso flitzt denn der jetzt so? Alter, hat der Speed genommen? Ich glaub, Batman ist auf Speed da unten. Fährt übrigens Joker rum. Der Verrückte. So. Haben wir hier nicht irgendwo so ein Speicherdingens? So ein Speicherdingens? Da haben wir wieder so eine grüne Wand. Ein Speicherdingens. Hier kann ich nichts machen. Das muss ich mit Joker machen. Münzen! Münzen! Münzen, Münzen. Hab ich so so ein Speicherbubbel? Speicherbubbel? Haben wir hier etwa keinen Speicherbubbel? Ja, zielen sie mit X auf einen Enterhaken. Will ich jetzt aber nicht. Ich suche einen Speicherbubbel hier. Nein. Hüpfende Lego-Objekte. Okay. Ja, die hier hüpfen. Muss ich die jetzt kaputt machen? Die machen wir jetzt put. Alle kaputt gemacht. Kaputt. Kaputt. Ja, 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 ja. Kaputt. Yay. Ah, jetzt kriegt man so einen Stein hier. Wollte eine Steine. Okay. Okay. Das hat er gerade gespeichert hier. Ähm. Gut. Gut, 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 gut. Aber hier gibt es kein Speicherdingens. Gibt es denn das? Äh. Kein Speicherdingens. Hm. Bisschen schade. Wir klopfen hier die Münzen raus. So. Gebt mir eure Münzen. Gebt mir eure Münzen, meine Freunde. Hier haben wir doch noch was zum kaputt machen. So. Gebt mir die Münzen jetzt. Habt dich nicht so. Habt euch doch nicht so. Was haben wir hier noch was zum kaputt machen? Alles. Meins. Meins, 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 meins. Batman ist gierig. Ja, ja. Der, der komische Joker fährt da hinten immer mit seinem Boot rum und lacht sich einen ab. Der doch voll einander war für der Freak. Hau, 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 hau. Die, was für total Bescheuerte. Ähm, ja. Ich glaub, in den Augen von den vorherigen Lego-Spielern, über die ich das gedacht hab, wenn ich jetzt die Bescheuerte. Aber na gut. So, man muss immer alles irgendwie mal kennenlernen, damit man im Endeffekt nachher auch irgendwie urteilen kann. Deshalb teilt nie zu, zu schnell über andere Leute. Denn das ist meistens eh nicht so. Finden Sie einen Weg, das Terminal zu aktivieren. Ja, den werde ich finden. Aber ich muss hier noch ein bisschen Sachen kaputt machen. Ich brauch noch mehr Münzen. So, alles kaputt machen. So. So, so, Münzern. Aber ich frag mich manchmal, warum der so Speed gibt. Verstehe ich nicht. Verstehe ich überhaupt nicht. So. So, machen wir alles kaputt. Bäumchen kaputt gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Lego-Spiele gespielt? Oder habt ihr als Kinder sogar mit den Lego-Bausteinen gespielt? Ähm, ich weiß nicht zum Beispiel von meinem Neffen. Der hat auch die Lego-Sachen. Ein Haufen, ein Haufen. Bockt auf jeden Fall voll. Alter, Alter, komm mal. Meine Münzen. Meine Münzen. Da ist noch eine goldene. So, jetzt wieder das Speed hier. So. So. So, so, so. Das ist noch ein Münzchen. Noch was zum kaputt machen hier? Jo. Da haben wir noch was. Noch was zum kaputt machen. Hier hakelt es Münzen. Hier hakelt es Münzen. Ja, ich weiß gar nicht, was ist denn immer eigentlich die komische gelbe Schraube da oben? Zeigt es irgendwie Level an? Oder? Ähm. Ähm. Ja. So. Enterhaken. Jo. Da hoch. Münzen. So. Geh mal da hoch. What? So. Nach oben. Geh mal hier hoch. Wow. Scheiße. Bin ich wieder runtergefallen hier. So, ist das Butz fällt immer runter hier. So. Was denn hier? Verstehe ich? Muss ich das jetzt irgendwie verstehen hier? Oder? Ja, hier ist eine Kiste. Wow. Wow. Ah. Hier ist noch so ein Stein drin. Wie kriege ich den Stein? Hallo, Stein. Ich möchte dich haben. Stein, du willst mein sein. Warte, wie kriege ich den Stein? Hallo, Stein. So vielleicht? Nö. So kriege ich den Stein aber nicht. Oh, oh. Nicht runterfallen. Man, das ist nicht runterfallen. Was ist denn hier? Kann man auch kaputt machen? Ja. Phänomenal. Alles kaputt machen hier. Wow. Das bin ich wieder runtergefallen. So, hier regnet es Münzen. Hier regnet es Münzen. Hallo Münzen. So. So, wir sollen das Terminal da machen. Ach, hier ist wieder so ein Ding. Da brauchen wir Robben. Der im Endeffekt... Ach so, scheiße. Da braucht er seinen Tarnanzug. Vielleicht müssen wir hier wieder bauen. Bauen? Ja, wir müssen wieder bauen. Supi. Wir müssen wieder bauen. Mensch, halt mir doch nicht deinen Arsch hin. Bisschen schwul oder was? Also, nichts gegen Schwule, ne? Aber manchmal sagt man das doch. So, und jetzt bauen wir hier zusammen. Mein Freund. Wenn wir einmal dabei sind mit Schwulen... Warum sagt man da eigentlich immer Arsch hinhalten? Ähm... Ja. Weiß nicht. Finde ich auch ein bisschen... Sehr merkwürdig. Ach so, das ist doch für Batman. Ahnanzug für Batman. Ja. Manche Aussagen muss man, glaube ich, auch nicht verstehen. So. Also... So, hier wieder... X. Noch ein X. Noch ein X. Und noch ein X. Ah, hier kommen jetzt Sachen rausgefallen. Batman baut mal hier. So, Münzen. Ah, okay. Das ist für Robin. Dann nehmen wir mal den guten. Ah, guck mal. Die kommt nicht mehr. Hier. Und jetzt können wir wieder bestimmt den Ball machen. Und hier draufrollen. So. Wow, 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 wow. Nicht ins Wasser rollen hier. So. So, nur... Bin ich in der Murmel drin? Jetzt kann man wieder bauen. Und was wird das jetzt hier? So, komische Bubbel. Okay, wir drücken mal B. Ah, Robins Hubschrauber. Give me my Robins Hubschrauber. Okay. 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 Was kann ich jetzt hier machen? Ach, Y. Ach, rein mit dir. Okay. Okay.